Wunderschönen guten Tag zum Unternehmensupdate von Aurania Resources auf RohstoffTV. Edelmetalle erfreuen sich bester Stimmung, dank neuer Allzeithochs und eines sich verbessernden Zinsumfelds. Folgerichtig steigt auch die Anzahl von Übernahmen in diesem Sektor. So geschehen auch in Ecuador, wo das kanadische Juniorunternehmen Adventus Mining mit seinem konkurrenten Luminex Resources zusammengeht. Dadurch entsteht ein auf Ecuador fokussiertes Kupfer-Gold-Entwicklungsunternehmen. Unterstützung bekommt die Bergbauunternehmen Ecuador vom Ende November neu gewählten Präsidenten Daniel Noboa. Bereits vor der Wahl bekannte der neue Präsident die Bedeutung des Bergbaus für die äquatorianische Wirtschaft. Es wird erwartet, dass Herr Noboa sich auch für eine verantwortungsvolle Exploration einsetzen wird. Hauptsächlich mit seinem Flaggschiff-Projekt The Lost Cities Coup-to-Coup-Project in Ecuador tätig, aber durch den jüngsten Coup nun auch zusätzlich mit einem Projekt in Frankreichs vertäten, ist Aurania Resources. Aurania hat vor ein paar Monaten über eine hundertprozentige französische Tochtergesellschaft eine Explorationslizenz auf der Halbinsel Britannien im Nordwesten Frankreichs beantragt. Das Konzessionsgebiet, zu dem auch Heinebond im Département Moribirin gehört, Gehört war in der Vergangenheit der Ort bedeutender hochgradiger Goldfunde. In der Nähe des Gebietes ist Seifengold in Bächen zu finden. Damit schafft Aurania die schon lange erwartete Risikodiversifizierung. Gleichzeitig und parallel zu seinem Explorationsprojekt und seinen Aktivitäten in Ecuador, freut sich Aurania Resources nun darauf, diese außergewöhnliche neue Gold-Explorationsmöglichkeit in der französischen Britannien aktiv zu verfolgen. Mit Hilfe eines Darlehens in Höhe von einer Million kanadischen Dollar, begeben durch den Chairman, President und CEO Dr. Keith Barron, ist das Explorationsunternehmen auch weiterhin liquide. Das Darlehen ist unbesichert, wird mit zwei Prozent pro Jahr verzins und ist mit einer Frist von zwölf Monaten einem Tag seitens des Darlehensgebers fällig. Das Darlehen dient der Finanzierung des Betriebskapitals und allgemeinen Unternehmenszwecke sowie der Finanzierung der Explorationskosten in Ecuador. In der Zwischenzeit arbeitet das CSR-Team von Aurania weiterhin mit den lokalen Gemeinden in Ecuador zusammen, um verschiedene soziale Programme und Initiativen zu den Gebieten der Hauptsinn des Unternehmens voranzutreiben, die Bindungen mit den Gemeinden zu stärken und die gesellschaftliche Akzeptanz des Unternehmens weiter zu verbessern. Das Management-Team konzentriert sich auf die Initiativen, die das größte Potenzial haben, Werte für seine Aktionäre in Ecuador und Frankreich zu schaffen, wo die im Juni 2023 angekündigten Anträge auf Mineralien-Explorationsgenehmigungen bearbeitet werden. Aurania Resources wird über diese Aktivitäten berichten, natürlich sobald neue Entwicklungen eingetreten sind. Mit steigenden Edelmetall- und Kupferpreisen wird das generelle Investoreninteresse in diese Sektoren zurückkehren. Dadurch wird der Kapitalfluss zu und auch Aurania Resources sollte davon profitieren. Wir sind gespannt, aber positiv. Sie finden alle Informationen auch auf unserer Commodity-TV-App in Deutsch und Englisch sowie alles rund um Rohstoffe. Wir freuen uns über ein Like und viel wichtiger, abonnieren Sie doch einfach unseren TV-Kanal. Bitte beachten Sie den folgenden Disclaimer. Die besprochenen Aktien sind Teil des SRC Mining Special Situations Certificates und ich bin Aktionär der Unternehmen. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.